Von Geistesgestörten, die zu viel Fertzer gucken, die Fragte umstellen. Es wurde eine Wiedergutmachung gemacht, die ich nicht sehe. Ich sehe mein Kind seit zehn Jahren nicht mehr. Es läuft Katja Burkhardt. Die ganzen Sendungen wurden verdoppelt. Die Gerichtsverhandlung war schon zur Verlobung. Und wie gesagt, was machen da die schwüldrinne, die grünen Abgeordneten? Normalerweise ist hier der Storch. Hier waren die Leute abgelichtet. Mit schwüldrin im Gebisch Joachim Körn und das sah meine Mutter alles nicht. Und das hier, was sollte das? Das war mein Internetkontakt. Julia Aschor. Und das war mein Brief dazu. Es sollte zeigen, dass ich auch begabt bin beim Zeichnen. Und wie gesagt, dann kam auch die Polizei hoch. Das sind meine Preisvergleichungen. Und ein toller Spruch heute wieder von Hannibal Lecter. Anthony Hopkins über seine fulle Serie, was das läutet. Und hier ist dann wieder Neid bei der, ja, lauter Filmstars immer. Und die Zeitungen sind von 2005. Davon kann bei ihrem Privat ja überhaupt keine Rede sein. was ich jetzt hierher und Adamser, was wir haben. Von Profesor. Ich weiß nicht. Da bin ich, da bin белiger. Ja. Aber da bin wir dir die Versenradient.